Wenn ich mein Leben opfere, um zu verteidigen, was uns gehört. Wenn ich Nein zu einem Gesetz sage, für das wir nicht gestimmt haben. Wenn ich aufhöre, ein Land zu misten, das am anderen Ende der Welt liegt. Wenn ich trotz Folter ungebrochen bin. Wenn ich Gott bitte, wegzusehen. Wenn ich mich weigere, die Geschichte eines Reiches zu lernen, das ich niemals sehen werde. Wenn ich töten muss, um unsere Kinder zu schützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017